Für den Makramee-Wandvorhang verwende ich Baumwollseil mit einem Durchmesser von 4 mm und einen Ast, der ca. 70 cm lang ist. Wir benötigen jetzt insgesamt 24 Schnüre, die jeweils 5 m lang sind. Als erstes werden wir die Schnüre jetzt am Ast befestigen. Das heißt, wir nehmen die Schnur hier in der Mitte und führen die Schlaufe hinter den Ast und greifen durch die Schlaufe und führen die 2 Schnüre da durch und ziehen das fest. Und das machen wir mit den übrigen 23 Schnüren genauso. Wenn wir das gemacht haben, werden wir hier bei den mittleren 10 Schnüren so eine Art V bilden. Das heißt, wir lassen die ersten 7 Schnüre aus und beginnen hier mit der 8. Schnur. Die wird unser Leitfaden. Dann nehmen wir die nächste Schnur, legen die hier drüber, sodass sich hier eine Öffnung ergibt und führen die Schnur dann von hinten nach vorne durch diese Öffnung. Dann ziehen wir das hoch. Und das machen wir mit jeder Schnur immer 2 Mal. Und das machen wir mit jeder Schnur. So, wenn wir das jetzt mit den 5 Schnüren gemacht haben, nehmen wir uns die anderen 5 Schnüre und hier wird die rechtsäußere Schnur die Leitschnur. Und im Grunde geht das genauso weiter. Das heißt, wir nehmen uns die nächste Schnur, legen hier eine Schlaufe und ziehen die Schnur von hinten nach vorne da durch. Und machen das gleiche wie eben. So. Wenn wir das jetzt auf beiden Seiten so gemacht haben, nehmen wir uns einfach die beiden mittleren Schnüre und machen da nochmal 2 Knoten rein. So. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal etwas versetzter drunter. Als nächstes nehmen wir uns hier die äußeren 4 Schnüre und verknoten die. Und zwar legen wir uns die äußere Schnur über die 2 mittleren und unter die rechte. Und die rechte Schnur führen wir unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch diese Schlaufe. Und ziehen das nach oben und das wiederholen wir jetzt einige Male und dann wird sich das Ganze so spiralförmig drehen. Ich habe jetzt insgesamt 20 dieser Knoten gemacht und das gleiche mache ich jetzt mit den jeweils nächsten 4 Schnüren genauso. Auf der rechten Seite ist es im Grunde auch so, nur dass wir das Ganze spiegelverkehrt machen. Das heißt, wir knoten das Ganze nicht so rum, sondern legen die rechte Schnur über die 2 mittleren und unter die linke. Und die linke Schnur unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne rechts diesmal die Schnur nach vorne ziehen. Und dann wird sich das Ganze in die andere Richtung spiralförmig drehen. Als nächstes werden wir das gleiche, was wir hier oben gemacht haben, hier unten auch nochmal wiederholen. Wenn wir das auf Beispiele sehen, dann wird sich das Ganze in die andere Richtung schlafen. Wenn wir die beiden Seiten gemacht haben, verknoten wir die beiden mittleren Schnüre nicht, sondern nehmen wieder diese Leitschnur und machen hier so eine schräge Knotenlinie nach links unten. Und dann wird sich das Ganze in die Richtung schlafen. Wir achten jetzt immer dabei darauf, dass wir diese Schnüre, die dazwischen liegen, immer so ein bisschen ziehen, sodass sich dann so ein kleiner Bogen ergibt. Und das Gleiche machen wir auf der rechten Seite genauso. Das Ganze wiederholen wir jetzt ein paar Mal hier drunter und lassen aber immer die äußere Schnur von der oberen Reihe aus. So, wenn wir jetzt mit der linken Seite fertig sind, machen wir das auf der rechten Seite genauso. So, wenn wir das dann gemacht haben, nehmen wir uns die mittleren vier Schnüre und machen einen Kreuzknoten, also einmal in die Richtung. Und dann spiegelverkehrt in die Richtung. Als nächstes fangen wir wieder hier oben an und zwar arbeiten wir hier mit diesen fünf Schnüren lassen, also die zwei aus. Und zwar nehmen wir uns hier die Mitte und in dem Fall erstmal die rechte Schnur und nehmen die als Leitschnur und machen hier wieder eine Knotenlinie nach rechts unten. Als nächstes nehmen wir uns hier die Schnur, die links neben dieser Knotenlinie liegt und die wird jetzt unsere andere Leitschnur, die hier nach links unten geht. So, die äußeren zwei Schnüre lassen wir wie gesagt aus und jetzt geht es weiter, das heißt wir nehmen dieselbe Leitschnur und gehen jetzt nach rechts unten. So. Als nächstes nähen wir uns die vier mittleren Schnüre und machen einen Kreuzknoten. Dann machen wir mit etwas Abstand einen weiteren Kreuzknoten und den ziehen wir dann hoch, sodass sich hier so zwei Bögen bilden. Und dann machen wir das gleiche von vorne. So, dann kommen wieder zwei Kreuzknoten, die zusammengeschoben werden und dann geht das immer so weiter. Auf der rechten Seite machen wir das ganz genauso. Bitte, danke vielen Dank.